Und damit herzlich willkommen zum nächsten FFH. Heute mit Brummix. Brummix. Hi. Brummix, der Leon. Dann mit dem Team. Hallo Bazi. Und Paul, mir gehen die Leute aus, die noch nie dabei waren, deswegen mache ich mich langsam ran, wieder Leute zweimal zu nehmen, deswegen ist auch noch Paul da. Hallöchen. Voll enthusiastisch. Ja, voll ungewohnt von Paul. Nach den letzten drei FFAs, mhm. Die waren gut. By the way, bei Tim gab alle drei Leute, sind natürlich auch unten in der, in der Video-Beschreibung. Faktisch, sag mal Video-Beschreibung. Was sind Vokale? Wie die coolen Kids von heute immer alles ohne Vokale sagen. Triggert. Fällig überbewertet. Weißt du, wie du jetzt neuerdings heißt? Pill. Oder, oder. Kennt ich schon. Und ich bin. Hashtag Bzz. Oder N. Ne, ich bin einfach nur ein L. Ne, N. Steht hier auch auf Namen ohne Vokale. Dann schreibt jetzt Hashtags Bzz in die Kommentare. Ich warst nicht in meiner Schule, du warst aber N ist kein Vokal. Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Wir hatten da noch nicht geklickt. Paul. Nein. Das war Paul. Vor allem so, nein. Und dann will die Poko, wo die teilnehmen sollen. Oh Gott, Leon hat einen Platzenpoko dabei. Hey. Da ist ein Scherox. Und ein Scherox. Habt ihr es dann bald. Okay. Nein. Das wird gut. Warte. Ich bin mit Leon auf einer Seite. Ja. Oh Gott. Hey, was ist das Problem? Alter. Tim. Was mir gerade spontan einfällt. Alle Liga 1 gegen Liga 2, Mann. Ja. Ja, klasse. Ja, Mann. Arsch. Arsch. Hätte mehr von dir erwartet. Hättest du nicht. Sei ehrlich zu dir selbst. Ja, hätte ich echt nicht. Okay. Drei Köpfe, Bauch. Wow. Der gute Name. Müllisann. Müllisann. Oh, wow. Hallo. Hallo, Müllbeutel. Hallo, ich bin Drache. Hallo, Müllbeutelchen. Okay, wir machen jetzt was Lustiges. Nein. Ich habe übrigens keine Ahnung, wen ich mit Wutanfall treffen würde. Warte, wen? Und da Bruder, wo liegt es? Richtig. Sehr gut. Gute Idee, wen ich wollte das machen. Wutanfall. Wen treffe ich? Wahrscheinlich Barzi. Der auf die Mülltüte mal auf. Natürlich treffe ich Barzi. Nein, du hast ja nicht Barzi, obwohl dann habe ich Müllisann. Choice. Wen auch sonst. Wirf einfach eine Mülltonne drauf. Er wirft sein Zuhause. Choice gab Regelsamen. Das ist die wahre Bedeutung von Hausbruch. Nein. Vor allem, du bist jetzt einfach... Weißt du, da ist jetzt auch noch ein Egelsamen gelockt. Oh Gott. Das ist gut. Das ist ein gutes Set. Das ist wahr. Und der andere ist in Wutanfall gelockt. Das ist wahr. Und es wird immer Barzi treffen. Ja. Safe call. Das nächste Mal treffe ich auch Barzi. Ist mir egal. Hallo, James. Na, James. Was ist los mit euch? Ich bin ein bisschen erregt. Von deinem James. Dieser blaue Mund. Es trifft Barzi, ich weiß es. Ja, es trifft wieder mal. Nein, oh mein Gott. Müllisann. Ja. What? Das war ein Crit? Oh, Crit. Alter. Holy Shit. Das Ding ist, das Ding ist Valkyrie. Hm. Ich bin good choice, Bände, verdammte Axt. Nein. Ah doch, hat geklappt. Nein. Ich habe immer Angst. Das sagst du jedes Mal. Ja, weil ich denke, es ist nicht trifft, weil keiner in die Situation kommt. Ja, so, nein. So, jetzt sind meine Feuerattacken stärker. Nein, Tangela kannst du nicht treffen. Barzi, bitte nimm's raus. Tangela, nur Tangela kann mir nix. Mit was? Das ist gestraft, Mann. Aber Barzi. Hey, hättest du was anderes erwartet? Sei ehrlich. Sei ehrlich zu dir selbst. Damn, Tangela. Damn. Ja, Mann, die ruhe ist wohl. Amaterasu. Das ist ein guter Name. Wenn ich jetzt, oh, ich bin in drei Runden gelockt. Wenn ich jetzt Ramoth treffe, bin ich sowieso verbrannt. Oh, Ramoth killt jetzt aber mich wahrscheinlich. Hey, du bist doch schneller. Alter, Paul, du tötest nicht das Tangela, oder? Außer Paul spielt das gute Choice Cup-Set. Nein, ich spiele das andere gute Set. Och, Mann, ernsthaft? Hm, sehr gut. So gefällt mir das. Werde ich verbrannt? Natürlich. 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 Also, das war lächerlich. Ich bin bei meinem letzten Pokémon. Können wir bitte vermeiden, Ladestrali zu töten? Die sind halt noch bei ihr und die haben alle drei mal. Und mein letztes ist ein scheiß... Ah, wie heißt die Vortwicklung von Wummer? Skampisto. Äh, Skampisto. Skampisto. Richtig. Ich finde das immer schön, wenn jemand fragt, wie heißt das und das? Und dann sagt es einer. Dann sagt es doch jemand. Und dann kommt Legan. Dann sagt es doch mal. Was kommt rein? Ja, naja, pass wohl. Ladestrali. Wow. Was kann ich? Ich würde Ladestrali verwenden. Nein. Das wäre viel zu obviest. Na dann drei Köpfe, so. Wir haben eine Mission. Kannst du es bitte rausnehmen? Nein, das täglich noch. Kommt durch. Ja. Natürlich. Ja, das outspeedet dich halt durch den Scarf einfach. Ladestrali. Das outspeedet dich halt durch den Scarf einfach. What? Na? Kein Boost. Ich weiß, dass ich dir kaum Schaden mache, deswegen greife ich dich an. Nomnomnomnomnom. Oh Gott. Ohne Witz. Weißt du, eigentlich kann mir Leo nichts, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem raus. Das ist ziemlich gemein von dir. Nein, das finde ich gut. Ja, weil Sekrom da steht. Naja, wenn du Ladestrali bist, dann bist du wohl Specs. Naja, so wie Aqua Knari halt. Was kommt jetzt rein bei Tim? Oh, warte mal, das wäre vielleicht keine so gute Idee. Spannend. Spannend. Oh. Hallo Tim, na? Ich habe vergessen, dass Sekrom da ist. Nomnomnom. Das war, glaube ich, wirklich keine gute Idee. Sehr gut. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich hätte Luftschnitt im Set, aber ich habe nur Orkan. Oh Mann, in der Sonne vielleicht einfach suboptimal. Ja. Minimal. Moment. Ich ziehe mich zurück. Also Ladestrali kann schon mal, glaube ich, das wenigste auf dem Feld. Freezer. Wow. Damn, Tangele. Damn. Gut, gut, gut. Gut. Mann, kann ich einmal was reinwerfen, was passt? Das hat keine Wirkung auf gut. Direkt in die Stirn. Alter. Wow. Holy damn. Damn, son. Wow. Oh, Leon. Du wirst du eh gesagt. Ja, gut, ne? Gut, ne? Ich weiß nicht, ob ich schneller bin als Sekrom. Ernsthaft? Oh, Tim, bitte. Ein Scarf Tangela hat ihn gerade outspeedet. Oh, ja, in dem Fall. Alter, ernsthaft. Ich habe keine Explosion im Set, es tut mir leid. Warum spielst du für einen Ton ohne Explosion? Ich weiß es nicht. Warum gehst du trotzdem auf mich? Da ist immer noch ein Satz Eier. Weil mein letztes Pokémon vielleicht ein scheiß Schwan ist? Wow. Egal, ich nehme Xerox raus. Das ist gut. Ich hasse dich, Leon. Keine Sorge, ich beschütze dich. Dankeschön, Dankeschön für den Support. Ladestrahle, you appreciate this. Was mit Geologe, was? Wird so eine Feuerattacke in der Sonne. Ja, ja. Ach, das weiß ich schon. Nein. Huch. Blopp. Das ist ein Megascherox, sorry. Da war es weg. Geht dann hin. Hilf mir. Nice. Weißt du, Paul, du bist meine Egelsamenquelle. Also, wenn du stirbst, ist meine Egelsamenquelle. Komm schon, für Schwansee. Okay. Oh mein Gott, das ist halt auch ein Wassermon. Okay, aber ich sage ihn einfach beide auf Sekrum. Let's go. Oh, wow. Scheiße. Okay. Meine einzige Chance ist es, dass Sekrum zu verwirren mit der Kahn. Bitte trifft nicht, bitte trifft nicht. Schwansee, ich glaube an dich. Du kannst es schaffen. Okay, Schölle. Und? Gegen mich? Oh, ja. Alter, der schadet. Oh, ja. Holy Day. Bitte ab Techniker, Mann. Das ist Techniker. Ich habe, glaube ich, vergessen, Skilling draufzuspüren. Los, Schwansee, komm schon. Yes. Bitte keine Verwirrung. Oh, ist halt live. Verdammt. Ja, gut, jetzt bin ich bei meinem letzten Mann, Mann. Alles auf mich. Ja, Egelsamen. Können wir, können wir, können wir kurz das Chiller bei rausnehmen? Und vor allem, der hat danach nochmal einen Mon. Aber er nimmt dann sowieso Schwansee raus. Oh, stimmt. Ich merke gerade, ich habe ja gar nicht meine Skam-Pistole. Diesen, diesem anderen Team. Okay, Wazi. Wazi, können wir bitte wirklich dieses Min-Ciccino rausnehmen? Läu, ich denke, bitte. Sieht doch so glücklich auf, sie können doch nicht sein Leben beenden. Na, doch. Och, Banzi, ernsthaft. Hey, ich muss an mich denken, ich kann es nicht outspeeden so. Weißt du, jetzt kann ich es outspeeden. Guck, hier siehst du, siehst du, der werf mich. Los, Schwanzi. Ernsthaft. Verwirrung. Du feck. Oh, Mann. Alter. Nein, Dard, nein. Was? Ja, ich habe dir gesagt, ich gehe auf dieses Ding. Wieso, wieso? Wow. Ich hasse euch alle. Tschüss, Lade, Strahli. Alter. Geist, ihr müsst auf euch gehen, ne? Ja. Nein, nicht unbedingt. Du könntest schneller sein, oder nicht? Ja, aber er hat danach nochmal einen Mon. Ja, aber es ist ein halbtotes Sangela. Na und? Mit Scarf? Richtig. Wow. Und Egelsam. Killt euch mal echt selbst. Ja, dann drückt mal Protect, bitte. Ich kann nicht protecten. Nein, Schwanzi. Endlich ist dieses Kackding aus. Aber so hat man. Das habe ich gewonnen. Ja, hast du. Unverdient, aber es ist okay. Wow. Wie greedy er wird. Oh. Ja. Dieser Fepper, Alter. Ich bin halt echt wieder auf meinem eigenen Kader. Das passiert in letzter Zeit zu oft. Das gefällt mir selbst nicht. Oh, DC. Jetzt einfach mal nur aus. Einfach so protect. What, du bist immer noch schneller? Ich bin bei plus zwei. Ey, weh. Das ist wie ein langsames Hühnchen. Das hat ja wirklich Techniker, so Bullshit. Ja. Das ist ein sehr langsames Hühnchen. Holy. Ausbeide ich dann den Tangela? Nein. Das ist Scarf, Mann. Pass auf. Ich war schon bei plus zwei und habe verdoppelte Ehe. Du bist jetzt bei plus drei, Mann. Aber gut, ist halt Tangela, ne? Hast du nicht gesagt, das Ding ist halb tot? Ah, Regenerator. Er hat dich verarscht, Tim. Flare Blitz. Wow. Warte mal. Recoil? Easy. Nein, nein, so viel. Hat vor allem keinen Emboliten mehr. Ich bin bei plus zwei. Easy going. Jetzt muss ich nur überleben. Aber ich bin voll KP, glaube ich, weil ich dann keinen Speed habe. Traurig. Und ich gewinne. Wow. Wuhu. Einfach nur traurig. Wenigstens hat Tim nicht gewonnen. Ihr geht einfach auf Schwanensee. Diesen Sieg wird mich allen Zuschauern da draußen. Ich liebe euch. Und Schwanensee. Kauf den Duschschaum von Barcibi. Und von Schwanensee. Nein. Gut, dann. Vielen Dank fürs Dusehen. Links sind in unseren Wiederbeschreibungen. Jungglut hat geregelt. Ja, Jungglut. Hab Noobs kurz weggebashed. Kein Ding. Mach ich. Ist. Weißt du, das ist lustig, weil ich das so sage. Aber ist halt so eine Mittwochsbeschäftigung. Wow. Als Video am Mittwoch kam. Wow. Zur Zeit. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, heute aber ist Video am Mittwoch, Mann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.